Neulich liege ich schön relaxed auf Mallorca im Pool. Schwimmt so eine Rentnerin mit Badekappe auf mich zu und kreischt. Ich kenn sie! Die sind doch der, der im Fernsehen immer Witze reißt. Wie wär's mal mit Arbeit, junger Mann? Ja nee, ist klar. Reicht doch, wenn mein Geld arbeitet. Bei der Sparlotterie der Sparkassen. Da geht Sparen und Gewinnen von ganz alleine. Genau. Und im Juli gibt es sogar noch extra Gewinnchancen. Bei der Sparlotterie der Sparkassen. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Glücksspiel kann süchtig machen. Informationen in Ihrer Sparkasse. Glücksspiel kann süchtig machen.